Radio Klartext Nachrichten Offenbar haben Polizei und Staatsanwaltschaft im bayerischen Ingolstadt die Ermittlungen im Falle des Attentats auf den AfD-Ko-Vorsitzenden Tino Chrupalla behindert. Diese schweren Vorwürfe erhebt nun unter anderem Chrupallas Anwalt in der Wochenzeitung Junge Freiheit. So seien ihm Ermittlungsakten nicht ausgehändigt, erstversorgende Ärzte nicht vernommen worden und der Verfassungsschutz, der bei solchen Auftritten immer anwesend sei, habe auf angeforderte Berichte nicht reagiert. Zudem berichtet das Blatt, dass im Attentatsfall eines Oppositionsführers einer anderen Partei sofort der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen hätte, statt einer regionalen Justizbehörde. Chrupalla wurde bei einem Wahlkampfauftritt in Ingolstadt im Oktober vergangenen Jahres angegriffen. Der oder die Täter rammten ihm eine Injektionsnadel in den Oberarm. Laut dem Politiker schmerzte die betroffene Stelle noch immer. Nachdem wochenlang in deutschen Medien verbreitet worden war, auf einen angeblich rechten Geheimtreffen in Potsdam seien vom Medienportal Korrektiv enthüllte Deportationspläne besprochen wurden, sagte Korrektiv nun vor dem Landgericht Hamburg aus, Zitat, Es sei zutreffend, dass die TeilnehmerInnen nicht über eine rechts- insbesondere grundgesetzwidrige Deportation deutscher Staatsbürger gesprochen haben. Damit widersprach das Portal den Interpretationen seiner eigenen Veröffentlichungen, die das Gegenteil nahelegte. Innenministerin Faeser, Entwicklungsministerin Schulze und Familienministerin Paus waren dem, Zitat, Suggestivmärchenkorrektivs auf den Leim gegangen und hatten den Deportationsmythos verbreitet. Offenbar Linksextremisten haben einen Brandanschlag auf das Auto einer Mutter eines Leipziger AfD-Politikers, Stadtrat Marius Bayer, verübt. Auf der Garagenwand hinterließen sie in riesigen Buchstaben die Botschaft, Nazi-Schwein, wir kommen wieder. Der 5er BMW der Mutter des 24-Jährigen brannte komplett aus, Bayer und seine Familie wurden damit zum wiederholten Male Opfer linksextremistischer Gewalttäter. Die Ermittlungen hat nun die polizeiliche Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrum des LKA Sachsen übernommen. Bereits im vergangenen Mai hatten bisher nicht ermittelte Täter die Reifen zweier Autos der Eltern zerstochen. An die Wand sprühten sie damals unter anderem Bayer-Nazischwein-Refugees-Welcome. Drei Monate zuvor war Bayer zusammengeschlagen worden. Der oder die Täter wurden nie gefasst. Die AfD in Sachsen-Anhalt fordert eine grundlegende Reform des Landesverfassungsschutzes. Dieser soll im Landesgeheimdienst umbenannt werden und die Praxis der Verfassungsschutzberichte einstellen, heißt es in einem der dpa vorliegenden Leitantrag, der am Sonntag auf einem Landesparteitag in Magdeburg diskutiert werden soll. Im Bestreben, die Demokratie zu schützen, sei der Verfassungsschutz inzwischen zur größten Gefahr für die Demokratie geworden. Als Beleg dafür wurden die eigenen Parteien angeführt. Äußerungen, Standpunkte und Verhaltensweisen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht antasteten, wurden darin zur Bekämpfung der Opposition als verfassungsfeindlich ausgelegt. Nach nunmehr 50 Jahren in dem Sender hat die ARD die Sportreporter-Legende Waldemar Waldi Hartmann aus dem Programm geworfen. Offenbar war er politisch zu unbequem geworden. Nun ist das Urgestein vom Zwangsgebühren-Sender gecancelt worden, wohl weil er auch für das Medienportal News arbeiten würde. News beschäftigt sich unter anderem kritisch mit der Finanzierung und politischen Ausrichtung der öffentlich-rechtlichen Medien. Die Polizei hat ihre Verhandlungsarbeit in Berlin ausgewertet, da sie die beiden Komplizen der RAF-Terroristin Daniela Klette, Staub und Garweg ebenfalls in der Stadt vermutet. Das teilte das Landeskriminalamt in Niedersachsen mit. Wegen des in Klettes Wohnung in Berlin-Kreuzberg gefundenen Sprengstoff- und Waffenmaterials gingen die Behörden davon aus, dass auch die beiden anderen Terroristen eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellten. An die Bevölkerung erging daher die Bitte, Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Umgehenden der Polizei weiterzugeben. Das Wetter. Heute ist es meist bewölkt, aber trocken. Höchsttemperatur 8 bis 14 Grad. In der Nacht stellenweise leichter Regen mit Auflockerungen. Tiefstwerte zwischen 8 Grad bei bedecktem Himmel und bis minus 1 Grad bei größeren Auflockerungen. Und nun weiter mit der besten Musik aus dem Elbtal auf Radio Klartext. Wie ist das? Sture